Noch wirklich geile Musik dazu geben würde und nicht nur ein Und dieses Genau in dem Moment ändert es den Rhythmus Dennoch, dass der Sprung zur Seite manchmal nicht funktionieren will Obwohl ich weiß, dass ich zur richtigen Zeit drücke Treffen! Treffen! Töten! Töten! Stirbt endlich mal! Danke Äh, wie ging das schön... Ah, Speicherpunkt! Speicherpunkt! Verpisst euch, Gegner! Verpisst euch ganz schnell! Denkt nicht mal dran! Ah, schlafen! Ein schreiender Ferne! Töten! Rennen! Ihr seht, was ich meine? Plötzlich rennt sie nicht mehr Okay, auf den ersten Blick sieht der einfacher aus Auf den ersten Blick Auf den zweiten ist er mit Sicherheit genauso Mies drauf wie ich der Boss Oh Na gut, die kann ich so kaputt machen Passt liken, die kann ich soأ Das sind die Musik Man kommt schon nicht einmal vom Speicherpunkt irgendwie sicher zum Boss Hm... Wollen wir... Halt. Genau das will ich. Speichern. Töten, 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 töten. Töten, töten, töten! Ah... Hm... Hm... So, Schwärm mit dem Schwert. Warten auf dem. Und dann hoffen, dass der Charakter rennen lernt. Bam, bam. You're inside a wall. Okay, was die Zeichen im Hintergrund bedeuten. Zeit anhalten, gleich sofortiger Tod. Machen wir. Auf jeden Fall interessieren sich diese Gegner relativ wenig für. Springen ist auf der Taste gut. Au. Okay, eine Berührung mit dem tötet auch gleich. Na gut, nicht einer, aber... Kommt irgendwann noch ein positiver Aspekt des Ganzen hier. Nein, weil ich hier dauerhaft verrecke. Es ist schon... Es ist schon eine Herausforderung, überhaupt erst mal bis zum Boss zu kommen. Beschweige denn, ihn überhaupt irgendwie schaffen zu können. Ich tue nichts anderes als rumstehen und noch umschießen. Wird schon funktionieren. So schütze ich mich auf jeden Fall mal vor den Gegnern. Oben, unten, überall. Und ich hoffe einfach mal, dass auf diese Weise keiner der Gegner mir zu nahe kommt. Und ich hoffe, dass wir da auf die Weise auch irgendwie wieder zurück zum Anfang kommen, um speichern zu können. Das wird ja das Schwierigste von allen. Bam, 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 bam. Schieß geradeaus, um ihn abzuwehren. Schieß geradeaus und wieder nach oben. Irgendwie müssen wir ihn abwehren. Okay. Uah, aua. Geil, langsam wird's. Ja. Ja. Gut, jetzt hoffen, dass ich das blieb. Okay. Hm, hm, hm. Aua, aber sie trifft so gespeichert, so. Den wählen wir jetzt auch hinten los. Den, wie hieß er jetzt? Kürbispriester Nummer zwei? Quatsch. Hm, hm, hm. Okay. Okay, damit kann ich den kaputt machen, aber ich komme nicht durch die Laser auf diese Weise durch. Ich muss den da unten. Waaah. Danke, aber auch noch mit Zeitbegrenzung, Zupi. Okay. Die gehen hoch und runter. Wie soll zum Teufel das ohne Zeit anhaltend schaffbar sein, will ich schon fast behaupten. Auf jeden Fall werde ich's nicht schaffen. Los. Ich schaff's noch nicht mal getötet zu werden von den Lasern, oder wie? Ups. Recall. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ich mein, der ist ja... Der Fahrstuhl fährt gar nicht bis ganz nach oben hin. Wie soll ich da bis zu dem Fahrstuhl überhaupt erstmal kommen? Äh... Die Beat immer, immer und immer mehr nerviger. Okay, bis dort hin komme ich auf jeden Fall mal ohne. Es gibt einen Moment, wo ich darüber springen kann, während das Teil aktiv ist. Diesen werde ich verfassen, wenn ich es versuche mit dem Moment. Wie dachte ich's mir? Ah, ich... Ah, ich bin doch bis danach... Fakt euch! Wie soll zum Teufel? Ich... Ich werde nie... Ich glaube, ich werde mir nie wieder ein Spiel nur vom Aussehen aus üben. Sieht lustig aus, nervt aber ganz schön an manchen Stellen. Ich werde nicht so lange mehr zusammen. Biblisch! Dich... ... Ja, 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 ja.